Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wird nach eigener Aussage weiterhin auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin reden. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am Dienstag mit Putin auch telefoniert. Auf die Frage, ob auch Scholz entsprechende Pläne habe, verwies der deutsche Kanzler am Mittwoch in Berlin auf viele Gespräche mit dem Präsidenten der Ukraine und Russlands. Diese seien richtig gewesen und selbstverständlich werde er auch diese fortsetzen. Die Situation sei aber, wie sie sei und was gegenwärtig stattfinde, darüber dürfe man sich keinerlei Illusionen machen, fügte Scholz hinzu. Der russische Präsident verfolge unverändert eine Zielrichtung, die nicht hingenommen werden könne und die in die Ehre führe, sagte Scholz. Frieden könne nur gewonnen werden, wenn sich Russland darauf einlasse, mit der Ukraine eine Vereinbarung abzuschließen, die diese selbst unterstütze. Ein Diktatfrieden werde nicht funktionieren. Der deutsche Kanzler nannte die Situation unverändert bedrohlich und dramatisch. Er forderte Putin erneut zu einem Ende der Kampfhandlungen auf. Russland solle sofort die Waffen schweigen lassen. Stattادkampfer